Aber wie zum Teufel haben sie die Wirscht unter die Bohnen bekommen? Uh, gutes altes Reizdarmsyndrom. Äh, Frau Meier, der Nächste bitte. Hör rein. Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Super. So, jetzt erzählen Sie doch mal, was führt Sie zu mir? Naja, ich hab so einen, naja, wie sag ich mich aus? Keine Angst, es bleibt unter uns. Sie verstehen nicht, Doc. Das ist mir wirklich peinlich. Ich unterlege der ärztlichen Schweigepflicht. Schießen Sie los. Das ist es ja. Kann ich los schießen? Ach, Sie meinen, äh... Darum? Ja, genau. Und... Warum? Ich sag einen speziellen Grund dafür, weil... Es ist ja nichts, das wissen Sie so, der Doc. Ja gut, aber was ist schon vorgefallen? Ja, also ich hatte da letztens diese Brünette. Und die ersten Male war ich dann oben, aber so dominant wie sie war, das ist halt dann schnell geändert, dass ich unten war. Warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Und wie viel Mal reden wir? Und in was für'n Zeitraum? Oh, 3-4 Stunden etwa. Okay, wie schlecht so... Ja, also da kommen wir eigentlich nur auf einen gemeinsamen Männer. Äh, und zwar... Ich muss mir das Ganze mal näher angucken. Schwur oder sowas? Äh, nicht zu unguter Müller, aber... Ich kann nichts diagnostizieren, wenn ich nichts anschauen kann. Okay, Doc, machen Sie kurz den Platz los. Ja. 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 Ja, lachen Sie ruhig. Aber wie zum Teufel haben Sie die Wurst unter die Bohnen bekommen? Bitte, Doc, ziehen Sie einfach den Stecker. Hey, stecken Sie mein Handy wieder an. Tut mir leid, Herr Müller. Ich kann nichts mehr für Sie, Doc. Aber, 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 pscht. Sag es jetzt nichts. Okay. Aber, Doc, was ist jetzt mit ihm? Also, wenn Ihr Mann liegen würde ich zum Frauenarzt gehen. Okay, okay, okay. Äh, Frohmeier, nächste bitte. Ah, guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Ah, so, hallo, setzen Sie sich doch bitte. Was ist denn heute hier? Ah, ich glaube, ich leide unter Schizophrenie. Das ist interessant, äh. Wie kommst du da drauf? Das ist Bond. Woh, da... Alter, ich würde ja bei Gott noch die Predigtes umlegen. Woh, 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 woh. Alter, scheiß Warfare, Mann. Ich weiß es nicht, Mann. Die hat mir vorhin so'n badiger Typ nem geile Sack gäbe. Ja. Welcher gelbe Sack? Ziel.